Der TBF Starflasher ist ein perfektes Zusatzgerät für Flammenprojektoren. Er verwandelt Ihren Flammenprojektor in ein funkensprühendes Effektgerät. Die Handhabung ist denkbar einfach. Etwas Flashpowder in den Starflasher geben und den Schraubverschluss des Gerätes wieder fest aufschrauben. Den Starflasher nun vor dem Flammenprojektor positionieren. Jetzt die Treibgaskartusche festsitzend eindrehen. Achten Sie darauf, dass der Starflasher direkt vor dem Flammenaustritt des Flammenprojektors steht. Nur noch das Signalkabel mit dem Starflasher und dem Flammenprojektor verbinden. Fertig! Durch ein patentiertes Verfahren wird das Flashpowder nun in die Flamme gesprüht und erzeugt die imposanten Funken-Effekte, die über DMX ausgelöst werden. Der Starflasher ist ein Highlight für die perfekte Bühnenshow und ein Garant für einen rauschenden Applaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017